Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Mecha Franz, los! Oh ja, alle go! Ja, komm schon! Nimm das! Du nervst ganz schön Ha! Wir haben Franz, leider Ich Jenny haut einfach ab Und Elisabeth Silly Oh nee Und start! Und start! Und start! Und start! Und start! Ich mag Tare so sein Stellung Das sind weniger Ziele Und start! Okay, ich muss in dem Kampf definitiv mehr in Bewegung bleiben Oh, oh! ein Schild? Drohnen erledigt, dann los! Jaaaa, sehr schön Und was für Hölle war das? Alter, lass mich das aufsammeln Hier, das kann ich auch Nimm das! Oh! 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 Verdammt, verdammt. Diese verdammten, dreckigen Bastarde. Wieso? Wieso mussten... Wieso mussten so viele unschuldige Leute leiden und sterben? Edgar, beruhig dich. Zur Hölle, nein. Taresur, du wartest hier für den Lieutenant. Ich... Ich gehe los und töte jeden Einzelnen von diesen verdammten Bastarden. Hey, warte, Edgar. Ui. Es ist gerade etwas passiert da draußen. Es gab einen Unfall mit den... Zivilisten, die gerade bei der Evakuation waren. Wir haben eine Einheit rausgeschickt, um nachzusehen. Ich verstehe. Bitte unterstützt sie, so gut es geht. Ja, Sir, Mr. Senator. Wie auch immer, wer hätte gedacht, dass ihr ultimatives Stil ist, für Wenka City einzunehmen? Lieutenant Kiruna, von allem, was in letzter Zeit passiert ist, ist das definitiv die schlimmste Nachricht, die ich gehört habe. Die Kräfte der UNF sind derzeit nicht stark genug, um die Situation zu handeln. Wir müssen eine Anfrage um Hilfe stellen von der Erde. Ich fürchte, wir haben keine Zeit für Unterstützung, um auf Unterstützung zu warten. Auf Basis der Entwicklungen bisher denke ich, dass ihr nächster Schritt innerhalb der nächsten zwei Tage sein wird. Die nächsten zwei Tage? Aufgepasst, die UNF-Personal. In diesem Moment wird die Mars-Oberflächenkolonie Verwenka angegriffen durch einen großflächigen Angriff. Yggdrasil ist bereits gefallen. Die gegnerischen Kräfte sind zu viel. Wir können nicht durchhalten. Fordere Unterstützung an. Ich kann es nicht glauben. Schon? Es sieht so aus, als wären sie uns immer einen Schritt voraus. Lieutenant, du hast meinen Dank dafür, dass du dein Leben riskiert hast, um mir diese Information zu bringen. Zeit zu handeln ist jetzt. Hm, also war das alles nur ein Ablenkungsmanöver. Oh, hier gibt es vieles neues Zeug. Ich will die da. Tended Magazine, Energy Bladeslayer und das da. Und... Nehmen wir das sich jetzt selber auch. Jetzt kann ich mir eh nichts mehr leisten, oder? Nö. Oh, damit habe ich sogar noch 5 Schuss. Egal, ich will das versuchen. Testen wir das mal. Hier habe ich sonst nichts. Hier habe ich sonst auch nichts gekauft. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich die nächste Mission an. Iktarasil. Schön kommt aus der nordischen Mythologie. Ist der Weltenbaum. Hatka Defense Core hat... Endlich... Ihren Auftrag erfüllt und... A gefunden. Wie auch immer in Verwenker. Einer anderen Mars-Kolonie haben neue Kämpfe begonnen. Schön, das war alles normal. Nein, das war easy. Und jetzt kommt Hard. Na, ich bin gespannt. Ich fand die letzte ja schon Hard. Jetzt da der Kampf in Orcus beendet ist... ...ist die Hardcore Defense Core zurückgekehrt in die UNF-Basis. Was ist mit Lieutenant Quiruna? Gibt es da irgendetwas, das wir tun sollen? Scheint so, als hat die UNF Nancy kontaktiert jetzt, wo die Langstreckenkommunikation wieder funktioniert. Mission erledigt, sagen sie. Ich habe gehört, dass die Lieutenant einen Senator in dem Unterschlupfschelter in dem Bunker getroffen hat. Senator Richter Hoffmann. Retired. Zur Ruhe gesetzter früherer Kommandant der... ...des Erdorbit-Theaters. Jetzt in der Welt der Politik unterwegs. Er ist ein sehr beliebter Mann innerhalb der Armee. Er hat auch am letzten großen Krieg teilgenommen. Also werden wir einfach wieder abhauen. Nein, wir haben einen neuen Auftrag von der UNF erhalten. Sie wollen, dass wir teilnehmen an der Operation Yggdrasil zurückzuerobern. Yggdrasil. Ist das nicht das neue Hauptquartier der Mars-Kolonie-Administrations... ...Jurro. Egal. Die Mars-Kolonie-Administrationsverwaltung. Administration ist eine Form von Verwaltung, oder? Egal. Äh, genau. Die Mars-Kolonie-Administrationsverwaltung. Yggdrasil ist stationiert in der Luft über... ...Downtown-Verwenka. Seine Struktur ist komplex. Umgeben von einigen, äh... ...hochgelegenen Plattformen. Es ist kein guter Ort für einen Kampf. Warum sollte Steeldown in so einem Platz interessiert sein? Soweit ich weiß, keine Ahnung. Das hat alles vor ein paar Stunden stattgefunden. Und sie haben bisher keine Art von Deklaration verlauten lassen. So, wegen der... ...wegen der neuen Aufgabe. Es... ...wird Hardcore sie akzeptieren. Hm. Hm. Nancy... ...verhandelt noch mit ihnen. Da gibt es nichts zu verhandeln. Wenn diese Terroristen Mars übernehmen... ...ist es das Ende der Welt. Das ist ein Geschäft. Und... ...im... ...Geschäft muss man immer über die Details diskutieren. Aber diese Bastarde... ...das ist nur ein Mob von unmenschlichen Mördern. Hey Leute! Hör dir zu! Morgen? Ah. Morgen, nachdem wir unsere Bezahlung von der UNF erhalten haben... ...gehts zurück zur Erde. Was? Warum? Wir sollten diesen Auftrag annehmen. Wenn diese Leute noch einen Tag länger hier sind... ...wie viele Unschuldige werden sie noch töten? Es ist zu riskant. Es ist viel zu einfach, den Platz zu verteidigen mit dem Gelände. Es ist einfach, dass Geld nicht wehrt. Du... Alle... Ihr seid alle einfach nur Feiglinge. Edgar! Zwei Stunden später. Nancy, hast du ihn gefunden? Noch nicht. Das ist so ein Durcheinander. Was ist los? Wir haben eine Nachricht von Edgar gefunden. Er ist abgehauen nach Verwenka. Und hat seinen Mecher mitgenommen. Verdammt! Er läuft geradewegs nach Yggdrasil. Wie lange ist das her? Ah, eine Stunde und 31 Minuten. Das ist nicht gut, der Kampf hat schon angefangen. Edgar ist erst seit einem Jahr bei uns. Er kann einen Kampf an einem Platz wie dem nicht alleine schaffen. Eddie... Er kostet uns nicht nur ein Vermögen. Er wird auch da draußen sterben. Was haben wir von der UNF gehört? Die Einheit, die ich kontaktiert habe... Er denkt, er könnte beim... Okay, Rekon weiß ich jetzt wirklich nicht. Beim Rekon-Team sein. Aber die Kommunikation ist schlecht. Und ich kann niemanden mit Verantwortung erreichen. Der Junge ist in so großen Schwierigkeiten. Ich bring ihn zurück. Ich hab dir doch gesagt, das ist zu gefährlich. Wir können nicht noch mehr Verluste in Kauf nehmen. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Ich sollte das Risiko kontrollieren können. Wenn ich jetzt gehe, habe ich noch eine Chance. Na gut. Ich hoffe, meine Intuition ist falsch bei dieser einen Sache. Ich habe immer noch ein paar Verbindungen ins UNF. Ich kümmere mich darum, dass du noch in Rektressil kommst. Ich starte jetzt gleich. Eddie, Eddie, Eddie. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Ähm... Ist zwar... Ja... Nein, egal. Ich werde hier aufhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao!